Ja, frohe Weihnachten euch allen. Schön euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ja, Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Dieses Lied haben Vanja und Marius irgendwann vor vielen Jahren mal selber geschrieben und es ist aber immer noch echt richtig Hammer, das Lied, finde ich. Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Jesus stellt die Welt auf den Kopf. Das hat er wirklich getan. Und vielleicht kennen manche von euch das auch, wenn ein Baby geboren wird. Vielleicht kennt ihr das als Eltern. Ihr kriegt ein Kind. Ein Baby kommt auf die Welt, kommt in eine Familie rein. Vielleicht seid ihr auch große Geschwister und ihr habt das miterlebt, als ein Baby geboren wurde und wart schon alt genug, euch das zu merken. Ich habe das auch erlebt, einmal als großer Bruder und einmal als Papa. Und ich kann wirklich sagen, bei jedem, als meine kleine Schwester geboren wurde und meine zweite kleine Schwester, ich habe das sogar dreimal erlebt, und als meine Söhne geboren wurden. Wahnsinn. Also ich spreche aus vierfacher Erfahrung. So ein Baby stellt die Welt auf den Kopf. So ein Baby stellt die Familie auf den Kopf. Ja, das kommt da rein. Und auf einmal ist alles anders. Alles verändert sich. Ja, dieses kleine Kind, was eigentlich noch gar nichts kann, das hat so eine Kraft und so eine Macht, dass auf einmal alles anfängt, sich um dieses Kind zu drehen. Auf einmal ordnen sich Dinge ganz neu. Die Familienmitglieder verhalten sich anders. Es gibt auf einmal andere Aufgaben, andere Dinge zu tun. Auf einmal sind Dinge, die vorher wichtig waren, nicht mehr wichtig. Und auf einmal sind ganz neue Dinge super wichtig geworden. So ein kleines Baby, das stellt die Familie auf den Kopf, wenn es in die Familie kommt. So ein kleines Baby, das verändert alles. Und ich habe das vorher gar nicht so geglaubt, bevor ich Papa geworden bin. Und ich habe da ja auch, ich und meine Frau haben lange darauf gewartet. Aber als es dann soweit war, konnten wir endlich verstehen, was andere Eltern meinten, wenn sie uns so ein bisschen davon erzählt haben, wie so ein Kind einfach wirklich dein ganzes Leben verändert. Völlig. In einem Maße, wie du es vielleicht wirklich noch nie erlebt hast. Und genau so war das auch mit dem kleinen Jeschua, mit dem kleinen Jesus. Genauso war das auch. Er ist auf die Welt gekommen und schon seine Geburt, da hat Jörg ja gerade ein bisschen was von vorgelesen. Schon als Jesus geboren wurde, war das ein bisschen anders als bei den meisten von uns. Und da sind auch ganz ungewöhnliche Sachen passiert. Da kamen weise Männer, die haben Geschenke gebracht. Da gab es diesen Stern irgendwie, der darauf hingewiesen hat, dass dieses Baby, dass dieser neue König geboren wurde. Aber dieses kleine Baby, was wir heute feiern wollen, das hat nicht nur seine Familie auf den Kopf gestellt, sondern das hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Das ist sozusagen das mächtigste Baby, was es gibt oder gab. Dieses Kind hat wie kein anderer Mensch die Welt auf den Kopf gestellt und verändert. Und ja, dieses Kind hat die Geschichte geprägt, wie wahrscheinlich niemand anders. Ich meine, vielleicht dachten damals schon der ein oder andere, ja Gott hat doch irgendwann mal davon geredet, dass er die Welt retten will, dass er irgendwie einen Plan hat für die Menschen, für das Volk Israel, aber auch für die anderen Völker. Aber das scheint ja nicht zu kommen, er scheint es ja nicht zu tun. Vielleicht hat er den Plan aufgegeben, vielleicht ist es auch schon zu spät, vielleicht hat uns Gott vergessen, wer weiß. Wie will Gott jetzt noch das Ruder rumreißen, haben vielleicht manche gedacht, die vielleicht sehr schwarz gesehen haben zu der Zeit. Vielleicht Leute in Israel, manche Leute haben vielleicht gesagt, wie soll das jetzt noch gehen? Es ist doch alles schon viel zu spät. Und dann kommt Gottes genialer Plan und er fängt an mit einem Baby. Unerwarteterweise, Gottes krasser, mächtiger, großer Plan, die Welt zu retten und für immer zu verändern und zu einem anderen Ort zu machen, fängt mit einem Baby an. Mit einem kleinen, Neugeborenen. Und in Jesus, und als das Baby größer wird und älter und erwachsen wird, dann fängt dieser Mensch, dieser Jesus auch an, davon zu sprechen. Davon, dass Gott die Welt verändern will. Er hat eine Vision davon, er hat eine Idee, wie das aussehen soll. Und er sagt, dass Gott das tun wird. Dieser Jesus sagt dann solche Dinge wie, dass er die Gefangenen, dass Gott die Gefangenen freimachen wird. Er sagt, dass Blinde sehen werden können, aber er sagt, dass Sehende blind sind. Das ist die auf den Kopf gestellte Welt, von der Jesus spricht. Er redet davon, dass Lahme wieder gehen werden können. In Jesus umgedrehter, auf den Kopf gestellter Welt, da gehört den Armen das Reich Gottes. Und den Sanftmütigen gehört das Land. Sie werden es erben. Und die Friedenstifter werden die wahren Kinder Gottes sein. Wisst ihr, normalerweise wäre es doch so, den Armen gehört gar nichts. Und denen wird auch nie was gehören. Den Sanftmütigen, die Sanftmütigen werden sich nie das Land erobern, weil sie viel zu sanftmütig sind. Wer nimmt sich denn das Land? Ja, die Starken, die die Ellbogen ausfahren, die die Macht und die Kraft dazu haben. Die nehmen sich die Länder und nehmen das in Besitz. Und die Friedenstifter sind die wahren Kinder Gottes. Vielleicht würden damals manche gedacht haben, eigentlich sind die, die für Gott kämpfen, die wahren Kinder Gottes. Die, die bereit sind, für Gott zu sterben, im Kampf gegen die Ungläubigen. Das sind doch die wahren Kinder Gottes. Und Jesus stellt das auf den Kopf und sagt, nein, die, die den Frieden stiften, das sind die wahren Kinder Gottes. In dieser verkehrten Welt, über die Jesus spricht, in dieser umgedrehten Welt, da werden die Letzten die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Genau umgekehrt. Und die Kleinsten werden die Größten sein. Und die Größten werden die Kleinsten sein. Das ist Jesus' auf den Kopf gestellte Welt. Und Jesus sagt, wer von euch der Allergrößte sein will und der Beste, der soll der Diener von allen anderen sein und soll ihnen immer helfen. Das ist der Größte, der Kleinste von euch. Das ist die umgedrehte Welt von Jesus. In dieser Welt sagt er, da werden Zöllner und Huren vor den Frommen ins Himmelreich hineingehen. Vor ihnen. Sie haben eine größere Chance, gerettet zu werden und die neue Welt Gottes zu erleben, als die Frommen, Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist total verrückt. Das ist total umgedreht. Jesus sagt, wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das ist auf den Kopf gestellt. Jesus spricht von einer Welt und er spricht davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen, statt sie zu hassen und dass wir sie segnen sollen, statt ihnen zu fluchen. Aber am allermeisten stellt Jesus die Welt auf den Kopf, nicht durch das, was er gesagt hat oder das, was er uns ans Herz legt, was er seinen Nachfolgern sagt, sondern durch das, was er getan hat, dadurch stellt Jesus die Welt auf den Kopf. Dass er nämlich als König und ein König war er und das wissen sogar hier die Kinder unter uns, die weisen Männer haben ihm königliche Geschenke gebracht. Sie haben gesagt, wo ist der neue König? Wo ist der König? Und dann haben sie ihn gefunden und dann haben sie sich vor dem neuen König niedergekniet und haben ihm Geschenke gebracht. Fast. Aber dieser König, den die weisen Männer dort gesucht haben und gefunden haben, dieser König war anders. Es war ein König auf dem Kopf. Es war kein normaler König. Es war ein König, der für seine Untertanen starb, statt seine Untertanen für ihn in den Tod zu schicken. so wie es Könige normalerweise zu tun pflegen. Ja, kämpft ihr mal für mich. Ich bleibe weiterhin hier der König. Ihr macht das schon. Nein, dieser König hat selber gekämpft für seine Untertanen, anstatt seine Untertanen für sich kämpfen zu lassen. Und als dieser König gekrönt wurde, war es eine Krone aus Dornen. Und der Thron von diesem König, das war kein großer goldener Stuhl, auf dem er saß, sondern das war ein Kreuz, ein Holzkreuz, ein splittriges. Das war sein Thron. Das war seine Krone. Jesus hat die Welt selber auf den Kopf gestellt. Er hat nicht nur davon geredet, er hat es selber vorgemacht und getan. Und er war selber alle anderen Diener. Obwohl er ein König war, war er ein Diener. Und hat wie ein Sklave die Füße seiner Jünger gewaschen. Dieses kleine Kind in der Krippe würde wirklich alles verändern und hat alles verändert. Und die Frage, die ich uns heute einfach stellen möchte, ist, lässt du dich von ihm auch verändern? Er hat die Welt verändert, er hat Menschen verändert, aber bist du einer davon? Öffnest du die Tür für Jesus? Lässt du zu, dass er dich auf den Kopf stellt? Dass er dich völlig auf den Kopf stellt? Es gibt eine Geschichte von einem mächtigen König im Buch Daniel. Die kennen manche bestimmt, auch die Jüngeren von uns. Das Buch Daniel, das ist das mit der Löwengrube und so weiter. Aber da hat dieser mächtige König in dem Buch einen Traum. Und in diesem Traum sieht er diese große, mächtige Statue aus verschiedenen Materialien. Und diese Statue steht einfach da, und ist einfach so mächtig und wahnsinnig. Und dann kommt ein kleiner Stein, löst sich an so einem Berghang, rollt den Berghang hinunter und zerdeppert der Statue die Füße. Und die Statue fällt um und zerbröselt und wird zu Staub. Und dann sagt Daniel, lieber König, das ist das Reich Gottes. Und das ist Jesus. Jesus, dieses kleine Baby, dieser kleine Stein, der einfach so losrollt und alles auf den Kopf stellt. Und alles umdreht. Und alles umwirft. Und diese Macht hat Jesus. Diese Kraft hat er. Immer noch. Hatte er damals, hat er heute immer noch. Darf Jesus dein Leben verändern? Darf Jesus mein Leben verändern? Darf er dich formen? Lassen wir das zu? Lasse ich ihn an mich ran, dass er mich verändert? Es kann sein, dass Jesus erstmal richtig viel zerdeppern muss in uns. Dass er uns wirklich erstmal die Füße weghauen muss. Und wir richtig, ja, auf den Boden fallen und unser Leben völlig in Scherben aufgeht. Um uns dann aufzubauen und auf neue Füße zu stellen. Das möchte Jesus nämlich. Darf Jesus dein Leben auf den Kopf stellen? Mit der Frage möchte ich euch heute Abend einfach, ja, in den Weihnachtstag schicken. In den heiligen Abend schicken. Darf dieses kleine Baby mein Leben auf den Kopf stellen? Darf er mich verändern? Immer noch, nach so vielen Jahren. Viele von uns sind schon so lange gläubig. Wir glauben so lange an Jesus. Wie sieht es aus mit seiner auf den Kopf Stellkraft in deinem Leben, in meinem Leben? Lasse ich ihn das noch machen? Oder ist jetzt alles so gesettelt und festgezurrt und so muss es jetzt bleiben für immer? Und da geht jetzt nichts mehr. Gerade mal so an die Älteren von uns die Frage. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott will alles neu machen und wird auch alles neu machen. Also, wenn ein Baby geboren wird, dann ändert sich alles. Eigentlich immer. Aber man muss es auch zulassen. Es gibt auch Leute, da kommt ein Baby in die Familie und die leben einfach so weiter wie vorher, als ob nichts ist. Im Grunde wird dieses Kind ignoriert. Es spielt gar keine Rolle. Die Eltern leben das Leben von vorher weiter. Und es ändert sich nichts. Und das ist schlimm. Wir müssen das auch zulassen, dass dieses kleine Baby in der Krippe, dass dieser kleine Jesus unser Leben verändert. Und deswegen, lasst uns nicht so leben, als ob es Weihnachten nie gegeben hätte. Lasst uns heute Abend feiern, dass es Weihnachten gibt. Und mit Weihnachten meine ich, dass Gott auf die Erde gekommen ist, in Jesus, um uns frei zu machen, um uns zu retten. Denn Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Und Gottes Herz schlägt immer noch für uns. Und er rettet auch weiterhin. Und er wirkt auch weiterhin. Und er arbeitet. Also, ich lade euch ein. Lasst euer Leben auf den Kopf stellen von Jesus. Es lohnt sich. Es gibt kein größeres Geschenk. Es gibt kein Geschenk, an dem ihr länger Freude haben werdet, als das. Alles andere ist irgendwann langweilig. Aber wirklich, glaubt mir, Jesus wird euch begleiten. Euer Leben lang. Ja, ich möchte noch kurz beten. Herr, du bist so super unscheinbar auf die Welt gekommen. Und irgendwie ist es surreal. Aber wir feiern heute, dass du als kleines Kind, als Baby auf die Welt gekommen bist. Mit allem drum und dran. Und ja, wir stehen vor der Krippe und staunen irgendwie, dass das wirklich irgendwie dein Plan war. Und wir danken dir, dass du die Welt wirklich verändert hast und auf den Kopf gestellt hast, dass du alles, ja, alles umdrehst, wenn wir es zulassen. Und ich danke dir, dass die Kraft, mit der du das tust, dass es deine Liebe ist, dein heiliger Geist und dass wir dir vertrauen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns heute Abend segnest, Herr. Und wir wollen, ja, unser Herz für dich aufmachen und sagen, ja, Jesus, komm rein, stell alles auf den Kopf. Wir freuen uns auf dieses neue Leben mit dir und freuen uns darauf, was du noch so alles vorhast mit uns. Amen.